Hallo, das Januszka Ensemble aus dem Musiktheater in Linz. Hallo, ich bin František Januszka und spiele Klavier. Ich bin Ondrej Januszka, ich spiele die Violine. Mein Name ist Roman Januszka, ich spiele die Geige. Und ich heiße Julius Darwass und spiele den Kontrabass. Den Januszka-Style, das ist unsere Musikrichtung, den haben wir selber entwickelt. Es ist unsere Perspektive auf die klassische Musik heute und es finden sich sehr viele Genres in unserer Musik. Wie zum Beispiel Jazz, Latin, Tango, Pop, traditionelle Musik. Wir freuen uns schon sehr auf den 22. Oktober hier in Linz spielen zu dürfen. Und wir werden die Best-of der Januszka-CD hier präsentieren. Und als Gast haben wir die wunderbare Daniela Dett. Wir freuen uns schon sehr auf diese Zusammenarbeit. See you there!